Hallo meine Lieben, heute im Magischen Spiegel eure Tagesenergie für den 8.2.2016, die Tageskarte, die für eure nächsten 24 Stunden ab dem Zeitpunkt gilt, wo ihr euch das Video anschaut und es entdeckt. Das wäre heute die Königin der Kelche. Es sollte eigentlich eine sehr freundliche Energie sein heute und nette und herzliche Kontakte mit lieben und netten Menschen oder eine Frau ab 45 Jahre aufwärts kann euch unterstützend in eurem Leben vielleicht eine Stütze sein oder einfach eine gute Freundin oder jemand, der euch hilft. Lassen wir uns mal überraschen. Wie der Tag so war und was die Karte so auf sich hatte, erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen. Bis dann, tschüss.